Der Euromarkt Kapfenberg lud am Samstag, den 16. Dezember, zur Weihnachtswerkstatt für die ganze Familie ein. Groß und Klein konnten gemeinsam kleine Geschenke basteln, sich im Weihnachtskasperltheater verzaubern lassen, sich schminken lassen oder in der Malstation kreativ werden. Das Weihnachtskasperltheater war ebenfalls sehr beliebt. Grüß Gott, lieber Opa! Gibt es eine Oma auch? Grüß Gott, liebe Oma! Ho, 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 den Vorhang hoch! Ich glaube, der hat nicht da, Kinder. Das ist gut, weil dann werden wir das Backerl da einfach herstellen, weil dann glaubt er vielleicht, dass Christkind war es und hat es ihm da gelassen. Die Zuschauer waren begeistert von den lustigen Abenteuern des Kasperls und seiner Freunde. Also mir gefällt es sehr gut, ich finde es einfach eine gute Idee für die Kinder. Gefällt mir sehr, das ist sehr kreativ und sehr hilfreich für Kinder, die irgendwelche Spaß machen möchten. Also super, super toffe Anstaltung. Vielen Dank! Für die musikalische Unterhaltung am Nachmittag sorgte Christa Fatek im Café Eurotreff. Ja, also ich bin gern da im Euromarkt, dadurch, dass ich in der Nähe wohne, muss ich sagen. Es ist immer etwas los, immer Livemusik, so wie jetzt da, also hinter mir, also perfekt. Also mir gefällt es sehr gut, um den Euromarkt. Und rum kam in der Weihnachtszeit, der Weihnachtsmann vorbei. Du sollst nicht mehr traurig sein, morgen schon seit vier zu zweit. Er bin der dicke Schneemann, wurde glücklich übernommen. Denn der Weihnachtsmann hat er in eine Schilder mit Geld an. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ich wieder hier sein kann. Es ist schon wieder ein Jahr vergangen. Und hier in Kapfenberg haben wir auch schon wirklich treue Fans. Wir sind auch immer mit dabei. Und ich glaube, wir werden einen schönen, gemütlichen Nachmittag hier verbringen. Jetzt die Weihnachtsgrüße möchte ich auch noch durchgeben. Und zwar an alle Memma TV-Zuseherinnen und Zuseher, ja, möchte ich allen ein gesegnetes, frohes Fest wünschen. Und ein ganz, ganz glückliches, gesundes, frohes neues Jahr 2024. Und dann, ganz glückliches, gesundes, frohes Fest wünschen. Und dann, ganz glückliches, gesundes, frohes Fest wünschen. Bis zum nächsten Mal.